Überaus erfolgreich ist die diesjährige Tennissaison für die Mannschaften des UTC Griskirchen verlaufen. Die Damen AK45 eroberten den Meistertitel in der Landesliga und spielen nächstes Jahr in der höchsten Liga Oberösterreichs. In der allgemeinen Klasse schaffte die zweite Herrenmannschaft ungeschlagen den Aufstieg in die Bezirksklasse, das Einser-Team wurde Vizemeister in der Regionalklasse. Zu Lydia unterwegs waren die Herren drei, die nach dem Aufstieg im Vorjahr souverän die zweite Klasse hielten.